Vom 7. bis 9.3. veranstalten wir einen Themenfokus zum Thema Gender Mainstreaming. Da haben wir internationale Gastspiele, Performances im öffentlichen Raum, Salonformate, Vorträge eingeladen. Es geht hier um Geschlechtergerechtigkeit, es geht um das Recht auf Selbstbestimmung. Und was wir uns mit dem Fokus vorstellen, ist die Feier der Freiheit der Selbstbestimmung und des Verschiedenen. Kampnagel versteht sich als internationales Zentrum für schönere Künste und damit nicht als Ort, an dem eine Leitkultur festgeschrieben und immer wieder manifestiert wird, sondern an dem aus Perspektive der internationalen Künstlerinnen gesellschaftliche Realitäten beobachtet und immer wieder hinterfragt werden. In unserem Programm haben wir internationale Gastspiele, Eigenproduktion aus Hamburg mit nationalen und internationalen Künstlern. Wir arbeiten anders als Stadttheater mit unabhängigen Kompanien, die bei uns produzieren, die bei uns arbeiten und die uns besuchen kommen. Und unseren Besucherinnen und Besuchern ihre Sicht auf die Welt präsentieren. Und das mit ihren unterschiedlichen Ansätzen zwischen Musik, Theater, Performance, Live Art, Tanz und viel mehr. Und all das verknüpfen wir dann gerne auch noch mit theoretischen Debatten, mit öffentlichen Diskussionen, womit wir unterschiedliche Publika von jung bis alt ansprechen. Und wir fahren noch mit dementia. Und wir können es unsabilities, wir werden die Rick ngh rundheren. Und wir können nicht wounds dialect erhöhen, bis dann das die Welt zu öff alt.